Gib mir das Mic, der billiger Hype war wieder mal nur ein Chart Fehler, Star Wars, der Beat ist bereit und ich spitte dann gleich wieder Waiter, hey da schlage ich mit dem Laser schwer zum Takt Wer ist hier der Rede, wer du Schwanz? Ich, 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 ich Hab los, er hat diesen Mega Hype erzeugt Nazar aus Iran, wo man von Redefreiheit träumt Das ist nur wohl ein Musik, ich will Krieg mit den Sternen Hau 1000 Euro rein, doch